hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal von gleich und ja wir spielen heute clever bot think about it are you a bot wir schreiben nicht deutsch ja und ja und brecht bonde ist hast du nicht bitte rede deutsch, ich kann dich nicht verstehen. ich dich auch nicht kannst du deutsch nee, ich tue nur so und spreche es geradeaus spaß. du sagtest doch eben noch, ich kann dich auch nicht verstehen. was können wir ihn denn nochmal so fragen? besitzt du ein auto? besitzt du ein auto? fragezeichen. fangen wir ihn das mal. also so klein? hä, was? also so klein? warum denn also so klein? jetzt gucken wir einfach mal. warum? ne, warte, 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 warte. wie viel uhr ist es bei dir? wie spät ist es? das fragen wir ihn jetzt einfach mal und wir warten jetzt erstmal auf seine antwort. tja, weißt du das nicht selbst? Nein, es gibt nämlich nicht mehrere Zeitzonen auf dem Planeten Erde. Mathe, aber welches Thema? Das ist nicht Mathe. Was? Gleichungen. Nein, jetzt. Egal. Wir fragen ihn jetzt mal, kennst du Fortnite? Facebook, was? Fortnite. Nein, ausnahmsweise bin ich nicht irgendwo treffen. Bin ich nicht irgendwo treffen. Okay. Clever Bot. Clever Bot. That's not a human name. You are a server. Also Leute, ich bin der Server und er ist der Mensch. Bist du der Mensch? Nein, ich bin Ungari. Weißt du, was du hier gerade für ein Zeug erzählst? Nein, habe ich nicht. Weißt du, was du hier gerade für ein Zeug erzählst? Nein, habe ich nicht. Oh, Clever Bot. Warum heißt du Clever Bot, wenn du gar nicht Clever Bot heißt? Ich bin ein Mensch zur Info. Du bist der Bot. Also bin ich ein Roboter. Oder was? Bin ich ein Roboter? Ja, genau. Endlich hast du. Hast. 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 Ne? Hast. Ich glaube, du hast hast gemeint. Du bist sehr nett zu mir. Wirklich nicht. In welchem Jahr leben wir? In dem gleichen wie du und ich. Natürlich ist das alles nur ein Job gemacht. Also niemand soll das jetzt ernst nehmen oder sowas. Das ist natürlich alles nur ein Spaß hier. Glaubst du an Rituale? Nicht wirklich. Okay. Frontendoday hier mal die Geister. Okay. 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 Gut. Okay. Nein. Okay. Ähm. Kennst du den Akinato? Mal gucken, ob Clever Bot den Akinato kennt. Ne? Ne, was ist das? Ein Flaschen. Flaschengeist. Äh. Ja! Ne, moin. Okay. Was können wir als nächstes mal schreiben? Kennst du bestimmte Videospiele? Fragen wir ihn doch das mal. Kommt auf die Kon... Äh. Äh. Was? Kommt auf die Konsolen an? Also Leute, er kennt nicht Fortnite, weil das kommt auf verschiedene Konsolen. Okay. Kennst du Amazon Echo? Nein, du? Ja? Oh Gott. J. Okay. Also Leute, wenn euch das heutige Video zu dem Clever Bot gefallen hat, würde ich mich selber ein Like an das Haar freuen. Schreibt mal die Kommentare, ob ihr mehr von dem Clever Bot sehen wollt. Wenn ja, dann mache ich so einen Teil vielleicht nochmal. Und bis dahin, haut noch rein und tschüss. Und dann zu mir, immer noch rein und Lass da Brilliant.